Ah-oh? Was ist das denn? Hier, schnell! Okay, ich bin unterwegs. Wo bist du denn? Äh, wow, wow, sehr verwirrt. Oh, nochmal von 14. Cool wär's jetzt auch, wenn sie so einen Kombo-Angriff hätten. So nach dem Motto, beide Spieler müssten Knopf drücken. Vorwärts! Hier gibt's Gras! Ich muss Gras kaputt machen. Oh mein Gott, hier war's Special-mäßiges drin. Was man anscheinend upgraden kann. Uh, nice. Ach ne, plus ein Fünftel soll das heißen. Ich find das gut, dass... Ich find das gut, dass ZL, ähm... die Kamera wieder zentriert. Also von hinten, den Charakter. Ja, aber, äh... Das passiert halt sehr schnell auch selber, ne? Boah, hier bist du jetzt gar nicht auf dem Gamepad. Keine Ahnung, ich bin ab und zu wirklich, äh... Oh, nicht ansehend. Okay, äh... Dann hab ich das bis jetzt immer ungewohnt selber gemacht. Und kann auch sein, dass es nur beim Gamepad zulässt. Ne, ne, jetzt fällt mir das auch erst auf. Ich hab's halt aus Gewohnheit immer selber gemacht. Ich übernehme mal. Bäm! Wie sieht das bei mir aus? Geil, Alter. Okay, das war so ein bisschen Slow-Mo bei dir. Aber ich konnte mich in normaler Geschwindigkeit auflegen. Das ist krass. Bäm! Bäm! Material erhalten. Schmieder. Ah, da ist er doch. Ein bisschen Lizard hier. Ich weiß noch, warum. Bäm! Verdammt, ich bin dann nicht vorbei geruscht. Oh, da ist wieder so eine Kabelmine. Oberögen Tunnelplatz. Da sind wir, glaub ich, grad dabei. Oh. Boah, was macht die? Die macht immer andere Angriffe. Ich hab den super Angriff gemacht. Wie macht man den jetzt nochmal? Ich hab jetzt einfach nur A gedrückt. Ja, ja. A ist, wenn deine gelbe Leiste oben links voll ist. Ah, okay. Und wenn deine grüne ist, hast du R, womit du halt stärker bist für längere Zeit. Schmeiß ich jetzt nochmal Bomben? Mit Z, R. Ach so, mit Z, R. Ja, genau. Das war ja das vorhin auch. Und wenn du in dem Super-Modus bist, also in dem Magie-Modus, dann kannst du jederzeit mit A einen starken Angriff machen. Ah, okay. Weil ich noch ein bisschen komisch finde. What? Ich bin dem entgegengeruscht. Da kann man drüber. Oh, da kann man nicht mit der Musik. Äh, äh. Und, was ist da drin? Hast du die genommen? Nein. Doch. Ah. Das sieht irgendwie falsch aus. Ja, irgendwie schon. Aber alle haben dieselbe... Oh mein Gott, ein Fein-Fancy-Kristall. Aber alle haben dieselbe Geste. Ja, eine versiegelte Waffe. Oh, vielleicht eine ganz neue, so random mäßig. Oh, das wäre interessant. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht für den Charakter, den er rausgeholt hat, oder? Weißt du? Das wäre cool. Das wäre auch ein cooles Feature. Und, dass du mit ganz seltener Wahrscheinlichkeit eine starke Waffe finden kannst. Das wäre krass. Das hätte so Widerspiel wert. Ja. Ich finde das Spiel, das ist echt geil. Das ist echt cool. Oh, oh, oh. Jetzt komm mal auf der Karte. Wir müssen irgendwo Dings finden. Oh, oh, ja, 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 ja. Äh, ich bin grün. Okay, hier kann ich nicht lang laufen. Ja, ich lauf mal oben schnell lang. Hier kann ich mich runter springen. Okay, du bist... ...der Grüne. Ich lauf da lang. Ich lauf mal grad schnell. Das ist der einzige Weg. Ich komm einfach mit, um zu gucken. Oh, jetzt Hexer, 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 Hexer. Neue Mission. Nein, ich will nicht. So, hier irgendwo muss der sein. Ach, hier ist... Oder? Ist das das? Nee, hier ist Bomben-Upgrade. Äh... Verdammt! Irgendwo hier in dem Gebiet kann er sein. Shit, ich will hier nicht runterspringen. Ich gucke. Nee, das ist zu weit weg. Ach, hier Megabombe. Boom. Hier Megabombe. Boom. Hier Megabombe. Boom. Hier, Atombombe. Boom. War das zeitlich begrenzt, oder? Äh, dass der Skuller da ist, ist eigentlich... Ja, das... Ne, ich meinte auch die Bombe. Ja, ja, die sind zeitlich nur. Oh, hier ist immer noch das Upgrade mit der Bombe. Schon wieder. Verdammt. Äh, bei dir war nix hier, ne? Ich hab nix gesehen. Verdammt. Warst du schon unten? Hm? Ne, ich bin noch nicht runtergesprungen. Ich spring mal hier runter. Ich guck mal eben. Vielleicht ist hier... Irgendwie ist das wohl mit der hoch und runter. Hier ist ein Stein. Vielleicht ist die hier hier drunter. Meinst du? Das wär witzig. Ja! Oh! Du Arsch! Da hast du auch noch Schwein gehabt. Du hast einen ganz gewöhnt. Bildfragment wieder. Okay. Ja, super. Jetzt kann ich ja nicht mal hoch springen. Jetzt muss ich auch noch den weiten Umweg nehmen, oder? Kann ich hier jetzt? Ja, ich kann auch hier durch. Immer schön Steine wegspringen. Finden und besiegen den Tunnelmeister. Oh, wir müssen den jetzt auch noch finden. Auch nice. Das find ich auch cool. Die haben eigentlich viel Auswahl, ne? Dafür, dass du eh nur das Schlachtfeld hast. Ja. So einmal hier die Dings angucken. Einmal die Tunnelmeister. Oh ja, ich hab die Powerbombe. Ja, die ist da die ganze Zeit irgendwie an der Stelle. Okay. Wo ist der Tunnelmeister? Oh, ich bin schon 5 Tunnel. Okay. Du bist so ein komischer Geist. Ich weiß nicht, ob der das ist. Meinst du? Da waren mehrere Geister die ganze Zeit. Da waren mehrere Geister die ganze Zeit. Oh, wir sind überall Powerbombe. Huh. Frisst Powerbombe. Wie die dann einfach stehen bleiben. Ja, also da muss echt noch die KI ein bisschen mehr tun. Also kann mir keiner erzählen, dass die CPU der Wii U das nicht berechnen kann. Ja. Mir hat gerade diese komische Echse geschafft. Äh, anderthalb Herzen. Oh mein Gott. Was? Eineinhalb? Aber danach hat sich die sofort wieder voll. Weil ich irgendeinen Pott gleichzeitig aufgehauen hab. Kaputtgeschlagen hab, wo ein Herz drin war. Also jetzt hab ich auch wieder volle Herz. Äh, wo... Ach, da oben. Okay. Okay. Oder meint ihr allgemein in den Tunnel? In den Tiefen der Tunnel. Äh, okay. Das ist ein ziemlich großer Bereich, ne? Der da angezeigt wird. Wow. Da kommt man nicht durch. Da kommt man nicht durch. Da kommt man nicht durch. Da ist ein Vorpostenhauptmann. Da komme ich aber nicht rein. Und unten auch nicht. Ja, da müssen wir wahrscheinlich den Vorpostenhauptmann echt. Oh, du Arsch. Und der ist weg. Okay. Das ist weggemacht. Ich find... Also ich find das echt schade. Weil Ausweichen bringt gar nichts beim Spiel, wenn die KI nicht angreift. Ja. Und ich hab wieder mein gelbes Ding voll. Toll. Haben wir jetzt das Gebiet? Und ich sammle mal die Materialien auf, die du immer liegen lässt. Die hast du gerade eben liegen gelassen, wenn die vom... Ach, klar, klar war kein. Hm. Ob wir da oben her gehen können dann? Ne, dann können wir nur springen. Okay. Ich geh mal einfach hierher dann. Ach, wir sind doch so doof. Wir haben doch hier gerade das freigesprengt. Warum laufen wir dann hier auch nicht her? Hm. Zu simpel. Ja. Ich folge dir. Tada. Autsch. Du hast mich geschlagen. Warum? Und... Bam! Das ist so cool. Einfach. Oh, da hat sie wieder fallen gelassen. Material. Und hier auch ein Material. So, den Mützer kam. Ja, das. Dann laufen wir weiter. Okay. Ja. Ach, jetzt sehe ich auch das cool. Grüne, was angezeigt wird da oben rechts. Okay. Ja. Das ist, äh... Stimmt, hier sind wir auch eigentlich zurückgerannt bei, äh, Dings, ne? Wegen dem, äh, äh, Skull, bla bla. Okay. Was ist denn jetzt hier? Oh, mein Gott. Link hat, äh, alles schon gemacht. Das ist ein viel besserer Link als du. Ich will doch nur jeden töten. Kein Töte. Ja, Zeit drauf. Ist offen. Ja, wir laufen doch grad... Aaaaah, schon wieder auf. Wir laufen grad so falsch wirst dann. Alter, wieso sind hier ganz viele Bomben? BAM! Wir müssen etwas unternehmen. Wie schick, wo bist du denn überhaupt? Was sind das so komische Viecher? Ja, die haben Helme auf, irgendwie. Wieso? Nein. Danke. Kommandant. Ich muss beten, um Ultra, äh, Impat zu werden. Und du hast eh schon alles erledigt. Du Arsch. Ich will den Spezialangriff wenigstens machen. Uh! Soll ich die aufmachen, oder du? Oh! In Slow Motion hat sie... Soll ich die Kiste aufmachen? Ja. Irgendwas ganz schnell gemacht. Okay, die Sequenz ist wirklich auf die Charakter, die die aufmachen. Äh... Weißt du, wie viele Herzen du hattest? Ach ne, das ist nur ein Herzcontainer, okay. Ja. Äh, Herz-Teile meine ich. Vor allem haben wir eigentlich genug. Ja. Ich frag mich, ob du dann, also wenn vier Teile gefunden... Oh ne, das wird unterschieden. Anscheinend. Kannst du dann pro Charakter sein? Nur der angezeigte Charakter kann sie erlangen. Ah, okay. Okay, nur angezeigte Charakter können sie erlangen. Das ist dann was anderes. Okay. Äh, jetzt müssen wir runter bestimmt. Finde... Ach ne, wir müssen immer noch den Tunnelmeister besiegen. Der eigentlich hier sein müsste. Irgendwo in dem Bild. Ich lauf mal runter und guck, ob der hier ist. Ich lauf mal hier oben her. Wie kommt man da oben hin? Hä? Da will ich eigentlich nicht runterspringen. Oh, der wurde entdeckt. Okay, das war gar nicht der angezeigte Bereich. Der ist hier unten. Ja. Wird bei mir grad auch angezeigt ein bisschen. Äh, der Tunnelmeister ist so ein Geist. Ah, okay. Wow. Ein bisschen stärkerer. Ein bisschen stärkerer. Ein bisschen stärkerer Geist. Oh mein Gott. Aber ich habe eine Ultraattacke. Wow. Geil. Tadam. Wie schön, dass ich die ganze Zeit die Materialien von dir aufsammle auch direkt mit. Hinterdor. Und der Hauptmann. Und... Bäm! 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 Boah, das Gegner Schnetzeln macht so Spaß. Das ist echt so krass. Um ehrlich zu sein, noch nie ein Fan von Dynasty Warriors. Aber das im Zelda-Universe... Ja, das ist echt krass. Es macht einfach einen riesen Unterschied. So, wir sind so gut wie raus. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Ja, vor allem stand die ganze Zeit noch da oben. Schon wieder Verschwanderer und Felser um den Weg. Ja, dann zeig mir doch mal genau an, wohin. Dahin, okay. Braucht ihr wieder unsere Hilfe? Äh, nein. Ihr braucht unsere. Wo ist denn der? Da ist die Krabbenmine. Hier. Wieder an Materialien halten. Warum nicht? Finde eine Krabbenmine. Ich habe eine gefunden. Eine ist schon mal hier. Ne. Verdammt. Oder? Ist das einer? Suche eine weitere Krabbenmine. Okay, irgendwo ist eigentlich noch eine Krabbenmine. So, die habe ich schon mal entdeckt. Okay, wo ist denn die andere dann? Bestimmt hier oben. Ne, falsch rum. Verdammt. Hä? Ach so. Da wo du drin hängst. Schön, dass die ganze Zeit bei mir Impa. Bei mir rufen die ganze Zeit Impa, Impa. Tu mal. Ich bin doch gar nicht da. Ach so. Ach so. Ich bin da einfach hingelaufen. Und gedacht. Ja, vielleicht bringt das was. Da schon mal ein bisschen aufzurollen. Und dann ist das schon das nächste Ziel. BAM! Ich bin goldener Link. Was geht denn hier ab? Oh, alle Gegner sind schon Toschen. Ich bin jetzt so komisch hier. Mega Attacke. Power-Up Bomben. Boom. Boom. Oh, hier sind keine Gegner. Beide Krabbenmine. Das ist gut. Wo ist die andere? Ich bin mal zu gut. Wir schützen. Auch falschrum schon wieder. Bomben. Frisst Riesenbomben. Frisst Riesenbomben auch verdammt keine Bomben mehr. Ach so. Ich dachte gerade schon. Die Krabbenmine schon noch gar nicht hin. Was ist das denn? Dies ist einer von den Bossen. Von den Bösen. Der dunkle Achse. Der seine Augen zu meinem Mund gemacht hat. Chiroma. Wo denn? Wo ist denn die Krabbenmine? Verteidigt die Krabbenmine? Hier ist doch gar nichts. Hier sind zwei irgendwie. Jaja. Oder? Wir brauchen zwei Krabbenmine nämlich dafür. Boah echt. Es gibt echt verschiedene Kombos. Das ist richtig krass. Bedingungen für die Niederlage haben sich geändert. Ja. Ich glaube nicht, dass Link flieht oder die Krabbenmine zerstört werden. Ich glaube nicht, dass Link fliehen sollte. Nee. Okay. Also bei einer Krabbenmine bin ich gerade. Wow. 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 Ich glaube ich kämpfe gerade gegen diesen... Ja. Wow. Der ist... Der ist schon stark. Ich musste gerade echt ausweichen. Boah Leute. Das ist richtig stark. Ja. Warum gehen? Die geht ja nicht weg. Boah Leute. Das ist richtig stark. Und hat... Und hat... Aber... Meine ganze Energie vermogen. Das war... Ah verdammt. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Der hat mir schon viel Herz abgezogen. Was ist mit der anderen Krabbenmine? Ist die noch in Ordnung? Bei dir da hinten? Äh... Ich hoffe. Ich hoffe. Äh... Ich mach gerade den Dings fertig. Der ist doch schon fast down. So eine Mine. So eine Mine. Jetzt mal... Boom. Jetzt muss die anderen noch hier. Verdammt. Wo ist der? Bäm! Stufe erhöht. Ich habe gerade der Kill geklaut. Ja, ich habe den nicht mehr gesehen. Ja, der war hinter dir die ganze Zeit. Meine Kamera hat sich auf einmal komplett rumgedreht. Wursch. Wursch. 21 Krabbenmine. Yes. Ja. Oh, Krabbenmine. Das war ein Gegner. Ich mache immer noch meine Kombo da im Hintergrund. Ich glaube, das war ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und weglaufen. Weglaufen. Und die Mission down eigentlich auch noch ziemlich lang, ne? Ja. Das ist, äh, schon... Ja, ich stehe schon am Ausgang. Jetzt müsste nur noch du kommen. Ja, ich glaube... Welcher? Du oder der andere Link? Du. Ich, ich. Du, du? Dein Link. Ja, welch? Mein ich denn jetzt? Hahaha. Ich laufe weg. Mich auch. Ich laufe. Ich auch. Gehen eine unsichtbare Wand. Hoffen wir, dass das ganz schneller ist. Ja, das werden wir nie herausfinden, wenn wir nicht laufen dürfen. Hui. Das geht aber auch. Humming. Humming. Huizzughi. Huizzughi. Joo oder waren das unsere ganzen ich habe 16.950 hier was hast du da stehen ich weiß ich euch das zusammen haben den feuerstab hast du bekommen ich habe combo 3 plus irgendwas und wasserbonus und du hast nicht und wir haben ganz viel bekommen silber silber zeugs alles ist und ein neues bild mein gott es ist irgendetwas abzukauft die stufe des passasses gestiegen ach so durch die bildfragmente steigt das der nächste erst bei 7 das ist krass